Ein Lehm mit Corona Mensch Corona, jetzt hocke ich schon 5 Monate in Quarantäne, nur wegen dir, nein schlimmer noch, mit dir Ach, wenn das vorbei ist, gönne ich mir erstmal einen Tag lang irgendwie auf der Couch, schön entspannt, weißt du Einfach nur du und ich, das ist doch auch mal was, einfach mal abschalten, du und ich auf der Couch, geil, oder? Corona, heizt's Maul